Im Seitenmodul gibt es zwei unterschiedliche Werkzeuge zum Bearbeiten der Inhalte. Das ist einmal das Modul Seite und dann das Modul Liste. Die allermeiste Zeit werden Sie im Modul Seite arbeiten. Dort haben Sie nämlich eine schöne Übersicht in die beiden Spalten, die Sie auch auf der Homepage wiederfinden. Genauso gut könnten Sie die Seiten aber auch in der Listenansicht anschauen. Dort werden alle Inhalte tabellarisch aufgeführt. Die Listenansicht dient vor allem dazu, dass Sie die Inhalte von Systemordnern, das sind diese Symbole, bearbeiten können. Es gibt in Ihrem Navigationsbaum mehrere solcher Systemordner. Das sind immer die Ordner, in denen dann Datensätze sich befinden. Also beispielsweise die Kalenderdaten oder im Login-Bereich der Login-Benutzer-Übersicht. Drittes Beispiel wäre vielleicht auch die News. News, also auch die News-Datensätze sind in solchen Systemordnern und die kann man in der normalen Seitenansicht nicht sehen. Sie werden, wenn Sie auf so eine Seite klicken, automatisch aufgefordert zur Listenansicht zu wechseln. Das können Sie also auch hier rüber machen. Wie gesagt, sonst gilt eigentlich nur die Faustregel. Bleiben Sie, wann es geht und wie es geht in der Seitenansicht. Das stellt alles schön und übersichtlich dar. Gestern